Was ist das? Keine Ahnung, es geht schon los, ihr Lieben! Die Schlacht beginnt, ihr Lieben! Willkommen, Willkommen zu einer weiteren Folge Folge Vault of Worship Heute mit dabei Der Jagdpanda, wo ist er denn? Da! Moin! Mäusen! Darf ich dich Pantaschen nennen? Mhm. Die Lieben! Von den... Von den Lieben... Jo... Äh, ich fahr ja nicht, sag's bitte doch! Ha! Äh, von den Lieben Jagdpanda habe ich das Tolle Spiel und jetzt werden wir Fertig Strategie ja aus Tüftel Ne? Strategie? Wohin fern die denn alle? Ja, Strategie Das ist im Endeffekt wie bei den anderen Punkten der U-Bahn, bloß das ist ein Großer Punkt in der Mitte ist. Drei Ringe Und wer alle drei Ringe hat Gewinnt. So, okay Oder alle anderen Schiffe zerstören. Hört, hört, ihr Lieben, der Jagdpanda hat Ahnung. Ja, Ahnung, hm Ähm, da gibt's da draußen viele andere Leute, die viel viel mehr Ahnung haben. Ja, mag sein, aber Für so ein publiger Anfänger wie uns beide hier hast du Ja, das ist doch schon, ne Also das, was du so alles erzählt hast, hat auf jeden Fall Sinn Auf das Sinn Ey, du bist ja ein Schlachtschiff Kann man die Flugzeuge irgendwie abzuhören, ne Äh, äh, mit der Maustaste Watt, man muss mit der Maustaste agieren? Also wenn du, äh, links Strollen drückst, ne Da hast du die Taste, hast du eine Maustaste auf einmal Muss mal probieren Und dann kannst du auf die Flugzeuge drücken, ne Äh, schießt die SICK, also deine Flugabwehr zum Beispiel Auf ein bestimmtes Ziel, was dich anfliegt Was? Ich dachte, ich dachte, das macht's von automatisch Automatisch Aber du kannst das zum Beispiel, äh, ja Als Primärziel nehmen Oder auch mit deiner Sekundärbewaffnung Kannst das genauso machen Alles klar, ich such nach Wallen Nicht fast Ich such nach Nemo, für Glück Ich such nach Wallen Kann man das zum Beispiel genauso machen Das ihr Lieben ist Rackpanda Hier mit der Kalsruhe Hier T drücken und so Diese Kopfhörer, was ist das? Da kannst du Die Zerstörer Im Nebel? Ja, äh, äh, machst du den auf Also hydroakustische Suche ist das Siehst du auch die Torpedos ein bisschen früher Ah, jaja Äh, kannst du denn auch zum Beispiel Jetzt, wenn du Strong drückst Links, äh, rüberklicken Dann kannst du, sieh, sieht man die Reichweite Also zum Beispiel sind sieben Kilometer Oder fünf Kilometer Nee Kommt, wir sind mehr Schiffsabfängel Uh, du kriegst aber fette Ladung Pantachier, ne? Ich? Ja Torpedos, Torpedos, ich hoffe ich kann Oh Gott Oh Oh Ja, 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 jemini Also ihr Lieben, mit mehr Ahnung Gehen wir hier ins Spiel Ob wir das geschockelt kriegen Ist die zweite Frage Wer ist Seekrank? Ich 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 habe gerade, ich fahre das falsche Schiff Ich wollte ein ganz anderes Schiff fahren Hast du dich verkehrt? Bestimmt Zerstörer, wa? Nee, ich wollte schon Schlachtschiff fahren Aber ich wollte eigentlich ein anderes fahren Ah, aber die Kaiser ist doch Nee, bin ich schon durch Will ich nicht mehr Eigentlich kann ich die verkaufen Weil wir gerade mal so aus Irgendwas ist in der In der Mitte ist ein Eine vom anderen Team Rot Und da hagelt es wieder The betters Hm Ich habe noch keine Punkte gemacht Na 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 Die tue ich auch noch nicht Also Mitte ist glaube ich ein bisschen gefährlich Ja, da sollte man nicht unbedingt rein fahren Als Schlachtschiff oder Ach danke für die Vorwarnung Voll, ich fühl mich gleich gut da Ah Ja, schau mal einer an Jeder Schuss ein Treffer So, diesmal werde ich die Torpedos vernünftig abwerfen Hoffe ich doch mal, dass keiner von meinen Kollegen reinfährt Ah, die treffen mich Gönnt euch Zieht euch das ordentlich rein Meine Torpedos sind spitze Die treffen bestimmt nichts Ich glaube mit Schlachtschiffen komme ich zur Zeit nicht klar Ich will doch nur mal was treffen Bitte Au Ihr Lieben, wir haben gerade vorab eine Runde gezockelt Das sah besser aus als jetzt Na ja Cool Ich meine, da hatte ich auch mehr Punkte und so Und? Ja, ich bin raus Wie geht denn sowas? Oh Ja, ich fress hier Ich fress so viele Torpedos Oh Gott, Torpedos, wo? Ja, guter Flugzeugträger, Spieler Sie bekommen hier Sie bekommen hier Sie lieben die USA Die level ich auch fleißig Um mir auch Einen Flugzeugträger zu holen Habe ich auch mal Bock drauf Ich will mal wissen, wie das so funktioniert Das dauert aber noch Eppisch lange Wer nebelt sich denn da ein? Nehmen die den Zerstörer Ah, ne? So, die gucken kann ich Ich hab zu Ja Was? Kale Wieso seid ihr schon Wollt ihr mich Hinter dir ist ein Zerstörer und ne König Hinter mir? Ja Ja In der Mitte Da war ich vor kurzem noch Ich glaub ich werd mal ne epische Drehung machen Mal gucken nach rechts hab ich vor Aber ich glaub ich nehm Fänd die Insel mit Boah Ja, na klar Von hinten ey Geht gar nicht Na, wann kommt die Warnung? Komm, den haben wir doch gleich Wenn du jetzt verkackst Bin ich ein Noob, ich weiß Genau So sieht's aus Och Wann nur Ja Drehen, drehen, drehen Komm schon, komm schon Wer ist denn alles in der Mitte? Achso, auch noch ein Zerstörer Da jetzt, okay Du bist darin zum Donnern Wer ein Vanish, äh Achtung, Land, Land in sich In sich Ja, ich dreh doch Ich dreh doch Ich dreh doch wie ne Blöde Ja, jeder Schuss Definitiv ein Treffer Ja Zwei Zerstörer Wär ein bisschen Krass Aber die Nikolas hat nicht mehr viel Aber ich glaub mal die Runde geht verloren Also Wär schon ein Wunder Naja, mit Unfall Oh oh Was war denn? Wie ist das los? Vom Feind? Nein Ich will nicht Bleib hier Oder auch nicht Ja, jetzt krieg ich die ganze Packung Ich bin gleich weg Ich bin gleich weg Ich bin gleich weg Ich bin immer roter Danke Ich hab getroffen Oh oh Ja, ich dreh ab Ich dreh ab Ich dreh ab Also wenn sie alle drei Ja Wenn sie alle drei Punkte Also alle drei Kreise haben Dann haben sie sowieso gewonnen Was haben wir denn hier? Was haben wir wo? Ich bin jetzt zu dem Nächsten Nein Bist du schon zum Hafen wieder? Nein Ich guck gerade noch zu Achso Da geh ich unter Was für eine Runde Können wir auch eine Runde gewinnen? Wir haben jetzt kein Taschen dabei Was soll das heißen? Da geht gar nichts daran machen Ob man gewinnt oder nicht Sind wir nicht gut? Nee, also so wie wir gerade angusten haben Nö Das ist ja auch doof hier mit dem Mit der Zielscheibe in der Mitte Also das ist Ja das ist Das ist aber auch ein Spielmodi eben nur Ja Ich find den gar nicht so schlecht Genau das ist neu Wobei mach mal nen fetten Clan Oh der kriegt hier wieder fette Truppe Oh das würde auch nicht übernehmen Bäm bäm Mal schnell zum nächsten Das sehen wir uns nicht an Wir sind hier Ah seht euch das an Der ist noch schick grün hier Unser netter Zerstörer Der reißt es Der reißt es hier Ist auch bei T-T-T-Tiberien Ja Ihr Lieben Als ich da das eine mal Den Zerstörer erfahren habe Ich hab so blöd Die Nebelwand gesetzt Ich dachte nämlich Die Nebelwand setzt man auch Für seine Kollegen Dass sie sich da verstecken können Aber das War mal so Ne? Ja Das war mal so Ist jetzt aber nicht mehr Die Nebelwand ist Kann sich nicht mehr drin verstecken Als Schlachtschirm oder Kreuzer Kann sich das Nicht mehr Die Nebelwand ist nur noch für Für den Zerstörer Hm Dass ich da einmummeln kann Gut er hat ja auch wenig Leben Komm schon Mach den kaputt Oh guck mal Was da ist Flugzeugträger Ob er das hinbekommt Komm schon Gucke mal Schick deine Du weißt schon was Los Ui da kommen die Ich hab jetzt alle Erstmal Dass ich die Flugzeuge sehe Hä Die hinterlistigen Hm Aber die Flugzeuge abschießen Das ist ja Neues Ding Was man machen kann Ich wusste ich gar nicht Ja Links Drücken Da ist ja die Mausanzeige Da musst du dahin gucken Ja Dann klickst du das an Und dann schießt du Also wenn jetzt Schießt der Sekundär Auf die Genau auf die Ansonsten verteilt sich das Das ist auch mit der Mit der Sekundärbewaffnung Kannst du zum Beispiel auch Wenn ein Zerstörer Neben dir fährt Kannst du das auch so machen Gibt's auch beim Kapitän Ist das ein Skill In der vierten Reihe Dann schießt das noch Präziser Also präziser Die Sekundärbewaffnung Ja Okay Oh wir haben nur noch Ein Schiff übrig Ich glaub das wird er leider Nicht mehr schaffen Herr Lieber Das sieht doch gut aus Wir sind auf jeden Fall Die Roten ihr Lieben Wir führen Wir sind hier Lasst euch nicht täuschen Lasst euch Ja definitiv nicht täuschen Wem wärs mit Parler Noch einmal hier Jetzt kommt hier noch Nette Torpedos von der Seite Jo er positioniert sich doch schon Da kommen sie schon Ja Wir haben gewonnen ihr Lieben Ja Wir waren aber kaputt Oh man Vom nächste Runde verkacken wir eh Alter hab ich wenig Punkte gemacht Gut Ich glaub ich geh Oder? Probier's nochmal mit der Nassau Ah mit weh Ich geh jetzt fett mit der Ah Karlsruhe hat aber die Hunderten Nnennen Bam 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 Jut okay wir nehmen die einfach mal Bin auch schon Rang 14 ihr Lieben Bald kann ich einen fetten Clan machen Oh warte mal Ach hier doch nicht Ach komm wir holen Ja das ist doch ein schickes Muster So Okay Ich geh nochmal weiter Oh wir fahren mit Shenyang Das ist ein panasiatischer Zerstörer Okay Guck mal ihr Lieben Kriegen wir das noch rein? Wie sind wir? Verdammt Verdammt Was war noch? Ist noch nicht breit gewesen? Die Forschung da bei den USA zeigen wie weit ich da bin Ich glaub ich muss noch ein Schlachtschiff freischalten Mit dem halt rumtuckern Und das nächste wäre denn ein Wollte schon sagen Flugzerstörer Flugzeugträger kannst du denn erforschen Genau dann kann ich endlich das erforschen Dann flieg ich mal durch die Gegend Wie viele Schlachtschiffe haben wir? Boah Ach zwei Flugzeugträger? Okay ich bleib hinten Also auf jeden Fall Sind wir Total toll Das ist das gleiche wie eben Och wieso denn das? Ey dann hätte ich doch die Die Dings genommen Schlachtschiff Auf ein neues Ja Ich fahre diesmal nicht in die Mitte Du bist ja ein fettes Schlachtschiff Nice Nee fahrt man nicht in die Mitte Ist vielleicht besser Alle wollen auf ihr Fechtsstation Sehr schön Ich hab dich nur von Weitem Alter wer hat mich da angeschossen? Leute wir sind nicht die Fe... Ernsthaft? Ich hab dich getroffen Nein Nein Leih keine rosa Shed Es ist alles gut Ja Ach man Ja ja Ich geh gleich wieder auf Wahl Soko Ja hafte dich an einen Berg Das Werk ist gut Oh weia Da sieht man mich dann mal nicht Nein da will ich nicht Da ist du Warte mal So Okay Mal sehen So komm ich postiere mich hier außen Und bleib hier drauf Alle Achso Sicher sicher Mal sehen ob ich von hier aus irgendwas machen kann Boah Krass Das ist hart Warum? Ich brenne schon wieder Ich glaube ich werde wieder als erstes hier Abnüppeln Ich muss Knallhart Den wird sogar entreden Wartet ich komme Das dauert ein paar Jahre ja Kein Ding kein Ding Lass die Zeit lass die Zeit Alles gut Haha Vergisst es Hier Gehnt euch Ich will Punkte mal nicht Ich will was treffen Oh Warum wird der Innenkreis und der Mittelkreis so verdammt ruht? Weil der Innenkreis Weil dort jemand drinne ist Zerstörer vermutlich Genau Ich bin noch zu weit weg Hier fliegen die Flugzeuge rum Finde ich geil Außer wenn die Roten kommen Äh Total die geile Strategie Reinfahren und wieder rausfahren Ihr Lieben Rein und wieder raus Rein und wieder raus Könnte möglich sein Komm ich werde doch wohl ein Schlachtschiff treffen Ey Was war das? Ja 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 Juhu Ich habe ein paar Punkte gemacht Ich bin so glücklich Ich bin so glücklich Voll daneben Kann ich Grüße hier Vielleicht ein bisschen In die Mitte schicken Ja Was hat das auch nicht abgesehen? Boah ein Schlachtschiff oder so Ah Boah Gönnt euch ihr Lieben Krass das Ding Ah das Ding da hinten Ich will eine Bekanntschaft mit mir machen Ah der ist aber zu weit weg Verdammt Da stehen Punkte Stiehst du? Au What do? Ah die sind Mein Gott Hatt doch mal auf Nur weil ich wenig Leben habe Autsch wie gut treffen die denn Sehr gut Die treffen uns sehr gut sogar Das sind Profis ey wir sollten Abend spielen Spät in der Nacht Oh oh Ich bin raus. Uh. 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 Wann? Ich bin raus. Ernsthaft? Ja. Jetzt bin ich ganz alleine? Ich weiß nicht. Irgendwie wenn ich mit der... Neh, du bist nicht alleine. Ja, Pandachina ist noch da. Noch her. Noch her. Ich komme irgendwie mit dem Schlachtschiff nicht besonderlich. Oh, jetzt bin ich hier. Warum? Nee, keine Ahnung. Was sinkt mit dem Schlachtschiff so schnell? Merkt ihr was, ihr Lieben? Merkt ihr was? Warte mal. Jetzt. Ah. Ich schulde Ihnen was. Na, wann kann ich schießen? Ich habe viel zu wenig Punkte gemacht. Ich bin deprimiert. Es ist gleichstand. Na ja, so. Hier sind auf jeden Fall wieder die Roten, ihr Lieben. Die Roten sind wir. Gut, ich glaube, ich nehme wieder einen Kreuzhauernzerstörer. Danach nehme ich mal die Kaiser, ey. Geht doch gar nicht. Ernsthaft? Jetzt auch noch Torpedos? Ja, ich bin im Wasser. Gehst du baden? Ja. Okay. Erkpanda macht das hier. Der Schippe hat... In die Mitte. Knallhart. Knallhart. Das ist fette Strategie, ihr Lieben. Fette Strategie. Machen wir stolz. Er holt sich jetzt die Mitte. Ganz alleine. Rechts kommen Torpedos. Ja, gut so. Da hat er noch mal ein paar in die Mitte geseilt. Ja, hat er nicht geguckt. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Also die Roten. Also wir, ihr Lieben, stehen kurz vor dem Sieg. Bisschen farbenblind sind wir auch. Nein, sind wir nicht. Also ich... Ja. Ganz leise ranschleichen. Ich würde jetzt sagen, schnapp ihn dir Tiger, aber sagen wir die Mama, schnapp ihn dir Panther, ne? Da ist noch so viel dran an dem Schiff. Ihr Lieben, das ist Strategie. Ja. Einnebeln und schießen ist gut. Sehr schön, sehr schön. Da kommen die hinterlistigen Torpedos. Alter, der ist weg. Da hat er... Das kann doch nicht sein. Der eine hat getroffen, der eine Schuss. Ja, ich hatte ja auch nichts mehr. Das war ja no no. So Leute, so solltet ihr das lieber nicht machen? Könnt ihr aber gerne machen. Hier haben wir den Flugzeugträger. Was ist das für ein Flugzeugträger? Wieso? Wie kommen die Flugzeuge da rauf? Da rauf? Na, fliegen rauf und starten da wieder. Ah, okay. So, wen haben wir denn noch? Ja, der ist noch heute, wollte ich schon sagen. Es sind ganz schön viele Rute übrig. Ja, also wir sind voll am Gewinn. Wir sind hier rot. Eindeutig. Na, der will jetzt hier Torpedos ablassen. Ja. Und. Zehn. Genau. Flugzeugträger. Und. Die klatschen da bestimmt. Ich muss sagen, die schießen richtig. Die schießen über die Berge auch noch. Naja, mit einigen kannst du's machen. Ja, bei einigen Schiffen geht das. Kannst du über die Berge schießen. Wenn der Berg nicht so hoch ist. Das und wenn wir nicht zu dicht dran stehen, ne? Ja. Aber sie kämpfen jetzt auch den äußeren Bereich. Dann haben sie alle drei und dann haben sie so gewonnen. Ja. Sieht jeder sehr gut für uns aus. Ja, wir haben auf jeden Fall 862 Punkte, ihr Lieben. Sieht gut aus für uns. Wir führen Haus hoch, ne? Ja, die üben noch. Die üben noch schön. Wo ist unser kleiner Zerstörer hier? Da ist er ja. Guck mal. In der Mitte irgendwo, oder? Der wird kackendreist in die Mitte. Und holt uns jetzt die Punkte, die wir brauchen. Oh, der kämpft aber gerade mit jemand anderem hier. Das ist Gruppenkuscheln, was die hier gerade machen. Da haben sie zwei Schiffe gefunden. Echt? Ja, der gibt aber... Oh, die... Entschuldigung, ihr Lieben. Wutschi-Jake? Was ist für ein Wutschi? Der, der, der... Oh, wenn der da jetzt nicht rein... Firm war das... Kommt, 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 kommt. Er hätte sich wahrscheinlich weiter gedreht, aber dann hätte er von dem hier die Torpedos leuchtet. Land, land. Land in Sicht. Stopp. Aber ist halt keiner hier, der... Oh ja. Er hätte das stört, also Respekt. Guck mal, die Mitte wird wieder grün. Da ist ja auch die Iso-Kase drin. Iso-was? Iso-Kase. Ist das ein Schiff? Das ist der Zerstörer, der gerade in der Mitte fährt. Iso-was? Iso-Kase. Dann sag doch Zerstörer. Es gibt ja nur ein Zerstörer. Iso-Kase. Das kann ich doch weit nie. Das ist eine Iso-Kase. Das ist nochmal so. Ihr Lieben, das ist eine Iso-Kase. Ja. Wie man sehen kann... Das ist eine Käse. Ja, ist das Käse? Nee. Wir sind jetzt voll grün. Geil. Also Respekt. Wir sind echt Noobs, muss man sagen. Oh, lieber nicht den Flugzeugträger. Da kriegst du von rechts und links, Dude. Oh, ist das aufregend. Ich trink mal was. Gigi, bleib in der Mitte. Also wir haben noch zwei Schlachtschiffe auf dem Feld. Die haben noch ein Schlachtschiff. Der braucht nicht in der Mitte bleiben. Ist ja schon gecappt. Trotzdem hat er so gut gekämpft. Der ist fast tot. Ich bin beim Zerstörer noch. Bei der Iso-Kase. Also beim Käse. Oh, der Käse? Da bin ich auch gerade. Los, hol dir den Flugzeugträger her. Oh, der hat die Kongo gut getroffen. Oh, der hat die Kongo gut getroffen. Ja, die brennt wunderschön. Noch gedreht hier, nicht schlecht. Ich glaube, der ist gut hier. Ich glaube, in der nächsten Runde soll er mal bitte wieder dabei sein. Der Gute hier. Es tut mir leid. Wer ist wo? Bei wem bist du denn bei uns? Immer noch Zerstörer. Ja, ja. Immer noch beim Käse. Und wie er hier mit Anmut vorschippert, ihr Lieben. Seht euch das an. Mit Vollspeed. Würde ich mal behaupten. Ja. Geschwindigkeit sieht gut aus. Dafür. Unser Käse macht's. Und er hat auch ganz viele Flacken vorne dran. Ähäähähähähähähäh. Wenn er den jetzt runter bekommt. Respekt. Es sind nur noch zwei Flugzeugträger. Mhm. Ah gut, Flugzeugträger, wie gesagt, sind ja auch gut. Die können ihre Torpedos so gut abwerfen, dass innerhalb kürzester Zeit halt, ja, das Schlachtschiff sehr schnell weg ist und die anderen Flugzeugträger. Jaja. Unser Käse könnte sich da noch rauswinden, weil er ja so schnell ist. Oh, guck mal. Ist gleich weg. Der trifft eigentlich sehr gut. Außer jetzt gerade. Der trifft eigentlich sehr gut. Die trifft sehr gut. Ja, hervorragend. Wir sollten mal... Jo, ihr Lieben. Hier sind jetzt die Grünen, ja? Hammerhart die Grünen. Es ist das ein verdammt aufregendes Spiel. Wir haben ja nur noch einen Flugzeugträger. Einen, ja. Schnapp ihn dir. Der ganz außen ist. Ja, da unten. Auf der Karte sieht man ihn. Gerade noch so zur Hälfte. Hat sich gut versteckt. Man sieht ihn aber noch. Ach ja. Wir gewinnen das Spiel. Der scheint keine Flugzeuge mehr zu haben. Nein? Ja, also du hast nicht unendlich Flugzeuge, wenn du Flugzeugträger spielst, ne? Warum nicht? Ich bin dein Flugzeugträger. Da würde ich gerne unendlich Flugzeuge haben. Warum? Wenn da nicht... Wenn da nicht Staffel runtergeschossen ist und du dann irgendwann keine mehr hast, dann ist es vorbei. Dann kannst du nichts mehr machen. Und das gehe ich von aus, dass du das auch hast. Weil keine Flugzeuge mehr in der Luft sind. Bro. Das ist ja doof. Ich will keinen Flugzeugträger mehr. Ich will keinen Flugzeug... Du wirst ja auch eins holen. Unser Sieg ist in Sicht. Also dass es nicht unendlich Flugzeuge hast. Ja. Ist ja... Kann das sein, dass da die ganze Zeit Flugzeuge jetzt hinfliegen? Ja. Bombe. Ja. Okay, du Bombe. Ah, das haben wir jetzt eh gleich. Die haben gleich im Kreise. Wie kann ich denn hier... freie Kamera? Damit umschalten. Was ist denn die Umschalttaste? Ey, ich kann die Flugzeuge hier angucken. Ja, da schießt der Trubelus ab. Nein, ich will da bleiben. Wo ist denn die Umschalttaste? Ich habe die Umschalttaste gefunden, ihr Lieben. Da, donnert's rein. Sehr schön. Jetzt läuft der Tigger richtig schnell. Da kommt der Nächste. Verdammt, ihr Lieben, es tut mir leid. Ich habe mich aufgehalten. Wir machen uns so. Jetzt kommen wieder Torpedos. Ja, ja. Toll gemacht. Die Punktezahl... Oh Gott, erbärmlich, die ich gemacht habe. Da kommt's. Und da sollte er eigentlich jetzt... Ja. Jawohl. Ja. Ja. Wir waren bestimmt eine Belastung. Ja, so ist es auch. Alter, wo ist denn... Boah, du wolltest eins über mir. Du hast mehr Punkte gemacht. Wo siehst du denn das? Äh, wenn du eine Teamwertung machst. Wenn du jetzt auf... Ja. Man, ja. Sind wir grottenschlecht. Gar nicht, wir sind fett, die Profis. Ja, sehe ich. Oh, würde ich sagen, mach mal hier... ...en Cut. Das war doch mal eine erfolgreiche Runde. Total. Ey, das war's. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Lieben. Tschü, tschü. Ciao. Tschü. Tschü. drop. Was. Tschü, tschü. betar. Tada.